Papilio, ein Programm für Kindergärten. Papilio stärkt und fördert Kinder gezielt in ihren sozial-emotionalen Kompetenzen und beugt dadurch den Risiken vor, die im Jugendalter zu Sucht und Gewalt führen können. Spielerisch, alltagserprobt und wissenschaftlich nachgewiesen. Wir von Papilio freuen uns sehr, dass Deutschland für uns aufgerundet hat. Durch die Initiative Deutschland rundet auf können wir mehr als 4.000 Kinder mit Papilio erreichen. Dafür herzlichen Dank. Hey, hört mal alle her, wir freuen uns hier sehr. Etwas Tolles findet statt, weil Deutschland für die Kinder aufgerundet hat. Das Schöne daran ist, damit ihr's alle wisst, dass Papilio von jetzt an für viel mehr Kinder angeboten werden kann. Wer das für und wer das siegt, singt mit uns das neue Lied. Singt es laut, singt es klein und wir drehen uns im Kreis. Komm sing mit, klatsch dazu, unser Lied lernst du im Nu. Dieses Lied ist unser Hit und jetzt los macht alle mit. Spielzeug macht heut Ferientag, Paula ist's, die jeder mag. Für uns Kinder ist das wichtig, Erzieherinnen lehren uns das alles richtig. Immer ist Papilio da, unser Schmetterling nach klein. Das Programm, das ist ganz fein. Deshalb will hier jedes Kind meins dein, deins unser sein. Wer das für und wer das siegt, singt mit uns das neue Lied. Singt es laut, singt es leis und wir drehen uns im Kreis. Komm sing mit, klatsch dazu, unser Lied lernst du im Nu. Dieses Lied ist unser Hit und jetzt los macht alle mit. La, 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 la. La 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 Untertitelung des ZDF, 2020